Sport, Fitness und Gesundheit sind riesige und boomende Märkte. Boomende Märkte boten schon immer die besten Chancen, außerordentlich hohe Gewinne zu erzielen. Jetzt kann jeder an diesem gigantischen Potenzial mitverdienen. Weil es ein völlig neues Online-Fitnesskonzept gibt, von dem jeder profitieren kann. Und das sogar nebenberuflich von zu Hause aus. Wie das geht, erfährst du jetzt. Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind Sport und Spiel eine Leidenschaft, die ihnen mehr bedeutet als alles andere. Auch Steffen ist begeisterter Sportler und achtet auf seine Gesundheit. Und wie Millionen andere Menschen auch, träumte Steffen von einem entspannten Leben. Viel Zeit mit der Familie zu verbringen, gemeinsam Urlaub zu machen, im eigenen Haus zu leben und endlich die alte Karre gegen ein neues Auto auszutauschen. Doch sein Leben lief anders. Obwohl er viel arbeitete und Überstunden machte, verdiente er kaum genug Geld, um alle Rechnungen bezahlen zu können. An seine Träume wagte er gar nicht zu denken. Bei Kerstin lief es ganz anders, obwohl sie vor kurzem noch in derselben Situation war wie Steffen. Auch sie hatte früher große Probleme, die meist mit Geld zu tun hatten, das nie bis zum Monatsende reichte. Aber dann entdeckte sie eine ganz neue Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und seitdem verändert sich alles in ihrem Leben. Sie lernte ein Geschäftsmodell kennen, das es weltweit noch nicht am Markt gab. Erkannte die Gelegenheit und entschied sich, eine der ersten Personen zu sein, die diese Chance nutzt. Sie war anfangs etwas skeptisch. Aber als sie sah, dass in dieser Branche jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt werden, wurde ihr klar, dass sie die wohl beste Gelegenheit ihres Lebens entdeckt hatte, um sich für immer von ihren Geldsorgen zu befreien. Sie erzählte Steffen davon. Und der wollte genauer wissen, worum es eigentlich geht. Kerstin unterstützt das Unternehmen BodyClub24 bei der Kundengewinnung. Allerdings muss Kerstin nichts verkaufen, sondern nur anderen Menschen ein Infovideo wie dieses hier im Internet zeigen. Die Weiterempfehlungen laufen über ihren Online-Shop und BodyClub24 kümmert sich um alles. Das ist eine einfache Aufgabe, die Kerstin mühelos nebenberuflich erledigen kann. Sie verriet Steffen, dass sie schon bald hauptberuflich mit BodyClub24 arbeiten wird, weil sie so viel mehr Geld verdienen kann als in ihrem momentanen Beruf. BodyClub24 ist ein innovatives Online-Konzept für Sport, Fitness und Gesundheit, das auf geniale Weise Sport und Business zu einem Geschäftsmodell verbindet, das es in dieser Form noch nie zuvor gab. Jeder, der schon einmal versucht hat, regelmäßig Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren, weiß, wie schwierig das Durchhalten ist. Mit BodyClub24 wird das ganz einfach. Denn niemand ist allein. Alle Mitglieder sind weltweit in einem Sport-Social-Network verbunden, motivieren sich gegenseitig und es gibt regelmäßig Online- und Offline-Wettkämpfe, die viel Spaß machen. Die Mitglieder des BodyClub24 nutzen verschiedene Trainingspläne und Videos, um ihre Fitness ganz individuell zu verbessern. Dazu gibt es ganz genau abgestimmte Ernährungskonzepte für die Gewichtsabnahme oder auch Zunahme und viele weitere Tipps für gesundes Kochen. Im Online-Shop decken die Mitglieder ihren Bedarf an Nahrungsergänzung, Sportartikeln, Bekleidung und so weiter. Das wirklich Geniale an BodyClub24 aber ist die Geschäftsmöglichkeit für die Mitglieder, die mit dem neuartigen Multi-Grade Affiliate-System neben- oder hauptberuflich ein sehr gutes Einkommen erzielen können. BodyClub24 ist auch deshalb einzigartig und besonders erfolgversprechend, weil sich hier die besten Unternehmen verschiedener Branchen zusammengeschlossen haben. Einer der größten deutschen Qualitätsproduzenten von Nahrungsergänzung und diätischen Lebensmitteln. Ein Network-Beratungshaus, welches weltweit die größten und erfolgreichsten Unternehmen dieser Branche betreut. Ein erfolgreicher Seriengründer von Start-up-Unternehmen in mehreren Ländern und Branchen. Eine deutsch-niederländische Finanzgruppe mit internationaler und langjähriger Management-Erfahrung. Die renommierteste deutsche Spezialkanzlei für den Direktvertrieb. Ein erfolgreicher Spezialist aus dem Bereich Online-Marketing. Ein Experte mit mehreren Unternehmen im Bereich Telefonmarketing. Außerdem gehören zu den Partnern von BodyClub24 ein hochqualifiziertes Team von Trainern, Gesundheitsexperten, Ökotrophologen, Medizinern und Physiotherapeuten. Und eine einzigartige Auswahl der verrücktesten Fitnessfreaks aus der Sport- und Lifestyle-Szene. BodyClub24 hat Kooperationen mit Verbänden aus dem Sportbereich und weitere Partnerschaften. Steffen wusste längst, dass Sport, Fitness und Gesundheit riesige und boomende Märkte sind. Aber wie kann Kerstin mit dem Online-Shop nebenberuflich so viel Geld verdienen? Kerstin sagt, auf die Produktumsätze im Shop kann sie mehrere hundert Euro im Monat erhalten. Aber das wirklich Geniale bei BodyClub24 ist, dass sie auch für die Gewinnung neuer Mitglieder bezahlt wird. Und zwar sehr, sehr gut. Sie zeigt einfach im Laufe der Zeit immer mehr Menschen dieses Infovideo. So entsteht eine Gruppe von Partnern, die genau wie sie BodyClub24 Mitglieder sind, die Fitnessprodukte nutzen und den Club weiterempfehlen. Das funktioniert wie bei vielen Filial- und Franchiseunternehmen. Je mehr Filialen man hat, umso mehr Geld verdient man, weil man auf alle Umsätze in allen Filialen Provisionen bekommt. Durch die einzigartige Kombination von Online-Produkt, der Fitnessmitgliedschaft mit Binärplanvergütung und normalen Produkten, zum Beispiel Nahrungsergänzung, Kosmetik und Fitnessgeräte, auf die es Unilevel-Planprovisionen gibt, bieten sich extrem attraktive Einkommensmöglichkeiten. Aber das Beste ist, BodyClub24 ist in der Startphase. Kerstin gehört weltweit zu den Ersten, die dabei sind. Deshalb sind ihre Chancen besonders hoch, viele neue Mitglieder zu gewinnen und sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Vor allem, weil sich BodyClub24 durch die Online-Produkte sehr schnell international positioniert. Zum Beispiel in Polen, Ungarn, Kroatien, Skandinavien, Russland, Brasilien, Rumänien, sowie in diversen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, zum Beispiel Kenia oder Hongkong, da dort aus dem Gründerteam schon intensive Kontakte und geschäftliche Beziehungen bestehen. Das wollte Steffen auch. Leute zu einem Infovideo einladen war einfach. Und er hatte das Gefühl, endlich eine Lösung für seine Probleme gefunden zu haben. Außerdem hatte Kerstin ihm versichert, dass sie ihm helfen würde, neue Mitglieder zu gewinnen und ein hohes Einkommen zu erzielen. Deshalb meldete er sich sofort bei BodyClub24 an. Und du? BodyClub24 ist in der Startphase und erobert gigantische internationale Märkte. Willst du dabei sein? Dann mach es wie Kerstin und Steffen. Starte jetzt. Sei von Anfang an dabei und sichere dir die besten Positionen beim Aufbau von BodyClub24. Willst du unabhängig werden, so wie Steffen und Kerstin? Dann trag dich jetzt kostenlos hier ein und erhalte weitere Informationen.